Hey Leute, das Jugendtreffen steht vor der Tür und wir freuen uns wirklich mega drauf. Ich bin der David. Ich bin die Tina und wir freuen uns mega auf das Wochenende vom 13. und 14. November. Wir haben insgesamt drei Sessions an zwei Tagen und es wird der Wahnsinn. Dabei sind die O-Bros, wir beide und du.